ja hallo heute ein kurzes video zum thema motor des jahres oder engine of the year und zwar lese ich in den kommentaren immer wieder das was du da sagst kann ja nicht stimmen weil der wagen oder der motor war ja engine of the year und dementsprechend muss der gut sein und du sagst der ist schlecht und beide haben irgendwie ein bisschen recht und wieso das so ist seht ja um das thema aufzurollen müssen wir ein bisschen ausholen und ich muss auf eine krücke zurückgreifen um das zu erklären weil anders kriege ich da einfach kein pack und zwar hiermit das ist ein nougat kringel und keine panik ich werde nicht essen also ein nougat kringel sehr lecker unheimlich süß prima sache so und wenn ihr den jetzt bewerten wollt dann kann man ihn halt unterschiedlich bewerten und zwar kann man einfach sagen okay wie findet ihr den nougat kringel und da sagt der eine ja den nougat ich mag nougat ich finde das toll der nächste sagt nee das ist mir zu viel der nächste sagt ja das sind nüsse drin das mag ich nicht so und dementsprechend kann man diese süßigkeit unterschiedlich bewerten aber es ist ja nicht nur eine süßigkeit es ist ja auch ein lebensmittel so und jetzt könnte man es auch wie ein lebensmittel bewerten und sagen okay ist das dinge nahrhaft naja nahrhaft ist es aber es ist nicht gesund es ist zu fettig es ist zu viel zucker drin also da muss man punkte abziehen weil es ist eben sind wenig ballaststoffe es ist ungesund einfach also als lebensmittel könnte man da abzüge bringen also thema nougat kringel ist jetzt klar man kann ihn mögen oder nicht man kann ihn bewerten unter verschiedenen gesichtspunkten und bei manchen themen kann er eben punkten wenn es doch zum thema süßspeise oder kuchen geht kriegt er vielleicht gute punkte wenn es um das thema gesunde nahrung geht da kriegt er eben nicht so viele punkte so aber es geht hier jetzt um engine of the year und dafür gehen wir mal oben ins büro weil da muss ich euch einfach was zeigen also das thema ist engine of the year und das scheint bei vielen leuten einfach nicht ganz klar zu sein was engine of the year aussagt wir gucken uns auch mal den wikipedia artikel dazu an und zwar ist engine of the year ein jährlicher wettbewerb bei den journalisten da werden den werden autos vorgestellt die sie probe fahren dürfen und dann gucken die sich das an wie fährt sich das auto wie läuft der motor ist er ruhig ist es komfortabel und so weiter und dann bewerten die rein subjektiv nach ihrem persönlichen empfinden eben die fahreigenschaften zum beispiel oder wie sparsam ein auto ist oder oder sonst was es hat nichts damit zu tun ob das auto zum beispiel wartungsfreundlich ist oder sowas das mag bei dem einen oder anderen juror auch mit einfließen aber viele haben überhaupt gar keine ahnung ob das wartungsfreundlich ist oder nicht so und wenn wir uns dann hier diesen artikel mal angucken dann stellen wir fest das hier war der aufhänger von der ganzen geschichte und zwar ich hatte in einem video oder in mehreren videos über den ford ecoboost motor ein bisschen gezetert und habe mein unwillen über diese konstruktion kundgetan daraufhin kamen sich ganz viele gemeldet und haben halt so was geschrieben hier zum beispiel in diesem kommentar sieben jahre in folge engine of the year ist schon einmalig also punkt 17 jahre in folge ist falsch und einmalig ist das auch nicht jetzt der hinweis auf zig mal engine of the year hier kommt der hinweis wie oft war der motor engine of the year fünf mal nein sechs mal das gucken wir uns jetzt gleich mal genauer an und das geht eben endlos so weiter und ich meine sie haben ja auch recht sieben ecoboost könnt ihr hier sehen war engine of the year 12 13 14 15 16 weil er wirklich fantastisch fährt das habe ich auch nie abgestritten aber guckt euch das ja an da taucht auf einmal ein 1,4 liter tse motor von vw auf und wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier sage das ist das beste stück motor was vw jemals konzipiert hat und dann auch noch sagen würde das ist mein absoluter ernst dann werden hier die kommentare hoch stellen mit leuten die das eben nicht zu finden und ich sage mal der tse motor hat ja so seine schwächen da brauchen wir nicht darüber zu diskutieren aber der war 2006 7 8 9 10 11 12 13 14 war er immer engine of the year neun jahre in folge war der engine of the year in seiner in seiner gruppe hier von ein liter bis 1,4 liter trotz der problematik steuerkette trotz der problematik kolbenringe trotz der problematik dies das verkogte saugrohre was auch immer engine of the year super ding so dass das ist das was ich euch sagen will also engine of the year hat nichts damit zu tun ob das ding in wartungsfreundlich ist ob das besonders lang hält oder sonst irgendwas das sagt nichts aus und gerade was den eco boost motor angeht dann höre ich euch schon sagen aber 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 der ist doch im 100.000 kilometer test von von autobild gewesen auch das können wir uns gerne angucken der lange rede kurzer sinn dieses video werde ich euch natürlich verlinken ihr solltest gerne euch angucken da ist eben ein eco boost motor bzw natürlich nicht nur der motor sondern ein fahrzeug mit einem eco boost motor gefahren worden und ist dann nachher von leuten von der dekra auseinander genommen worden zum beispiel und dann ist geguckt worden wie gut hat er sich denn geschlagen über diese 100.000 kilometer und er hat sich sehr sehr gut geschlagen er hat sich gut geschlagen aber aber diese 100.000 kilometer hat dieser wagen in zwei jahren zurückgelegt das heißt dieser wagen war zwei jahre im einsatz also ein vielfahrer fahrzeug so und es besteht unter umständen ein unterschied ob das nun ein vielfahrer fahrzeug ist also ein langstrecken fahrzeug oder ein kurzstrecken fahrzeug und bei diesem fahrzeug hier werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen dass das wahrscheinlich eher ein vielfahrer gewesen ist weil 50.000 kilometer pro jahr ist einfach schon ganz schön ordentlich und dass diese motoren ein ein liter benzinmotor normalerweise nicht von leuten gefahren wird die 50.000 kilometer pro jahr fahren das ist einfach normalerweise nicht der fall das heißt der wagen ist nicht so getestet worden wie er bei vielen leuten einfach im alltag ist im alltag ist es eben meist oder oft ein kurzstrecken fahrzeug weil es eben ein sehr kleiner motor ist so und da ploppen auf einmal andere problematiken auf die hier einfach keine große rolle spielen und muss man einfach so sagen wie gesagt das video verlinke ich euch in der video beschreibung das könnt ihr euch angucken es ist sehr interessant wie gesagt es ist auch wieder beeindruckend wie gut er sich geschlagen hat aber wieder es ist eben ein einzelnes fahrzeug ist es nicht repräsentativ und vor allen dingen ist es eben im langstreckeneinsatz gewesen und nicht im kurzstreckeneinsatz so und hier kommen gucken wir uns noch mal eine eine liste an auch aus dem wikipedia artikel und zwar die siege der einzelnen marken bmw ist unangefochten bei den motoren an der spitze bei engine of the year so und dann gucken wir uns mal an fort hat elf mal gewonnen elf mal großartig und volkswagen hat 47 mal gewonnen und normal versteht mich nicht falsch ich will nicht sagen dass der eine besser ist oder nicht sondern ich möchte einfach sagen es sagt halt nicht viel aus volkswagen hat doch in der vergangenheit durchaus hier und da mal probleme gehabt ihr braucht ja nur zu gucken eben wie gesagt steuerketten ihr braucht nur zu gucken kolbenringe alles mögliche alle möglichen probleme die vw hatte auflösende ladeluft kühlsysteme und so weiter alles probleme die bei vw vorkamen und trotzdem 47 mal engine of the year was soll ich dazu sagen was soll ich dazu sagen es ist einfach nicht so aussagekräftig für den bereich den ich in den videos behandle also ich behandle ja hier in diesen videos meistens technische dinge oder auch kosteneffizienz für leute die das ding im alltag benutzen dass das fahrzeug das gucke ich mir an und ich gucke mir eigentlich nicht an ob das ding lauf ruhig ist oder oder ob 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 der ein gutes durchzugsverhalten hat oder sonst was dafür müsst ihr automotorsport tv gucken das interessiert mich ehrlich gesagt nicht das muss auch jeder für sich entscheiden ob er mit einem auto gut zurecht kommt oder nicht mich interessiert nur seid ihr zum beispiel fahranfänger habt ihr gerade weiß ich nicht seit jetzt 19 20 keine ahnung wollt euch ein gebrauchtes auto kaufen könnt ihr das kaufen oder kauft ihr da die katze im sack das sind die dinge die mich interessieren und nicht die dinge die die leute hier interessieren die hier engine of the year wählen und da sind wir wieder bei dem donut kringel der donut kringel kann total fantastisch sein wenn man eine süßspeise haben will aber wenn man sich gesund ausgewogen ernähren möchte dann ist der der den nougat kringel eben nicht die erste wahl und wir gucken uns einfach die diese motoren mit unterschiedlichen augen an und mit unterschiedlichen maßgaben und dementsprechend kommen wir auch zu unterschiedlichen ergebnissen es heißt ja nicht dass deren bewertung falsch ist es heißt auch nicht dass meine bewertung falsch ist es heißt auch nicht dass eure bewertung falsch ist wenn ihr einen ecoboost fahrt und seid damit zufrieden ja dann ist es doch hervorragend wenn ihr einen tsi fahrt und ihr seid damit zufrieden ist doch bestens das problem fängt dann an wenn ihr so ein fahrzeug fahrt und seid nicht mehr zufrieden ich kann ja nicht mehr machen als auf probleme aufmerksam machen die mehr so auffallen in der werkstatt und wenn es euch betrifft dann ist gut und wenn es euch nicht betrifft dann ist auch gut dann hakt es einfach ab so genug der thema engine of the year ich hoffe das video fandet ihr gut und interessant wenn ihr das video gut fandet würde ich mich über einen daumen hoch freuen über ein abo dass ihr hier über das logo hinterlassen könnt würde ich mich sehr freuen rechts und links geht zu meinen anderen videos ansonsten vielen dank fürs gucken macht's gut bis bald und tschüss bis bald